Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem etwas anderen Video. Heute möchte ich euch ein wenig erzählen, wer ich überhaupt bin und wieso ich überhaupt so viel über Unity weiß, beziehungsweise wieso ich überhaupt Dinge erstellen kann, die auch wirklich funktionieren. Okay, ja, zuallererst, ich bin Medieninformatiker und studiere an der TU Dresden. Dresden, für alle, die für die Dresden kein Begriff ist, das ist in Sachsen, da irgendwo ganz in der Ecke. Und wir haben eine ziemlich coole Uni, finde ich sehr, sehr angenehm. Und vor allen Dingen haben wir sehr viel interessantes Spielzeug, mit dem die höheren Medieninformatiker, beziehungsweise Informatiker spielen dürfen. Und für alle, die jetzt denken, oh mein Gott, der studiert Medieninformatik an der TU Dresden, ist da kein sehr großer Unterschied zwischen Informatik und Medieninformatik. Der einzige Unterschied ist, wir haben ein bisschen weniger Elektrotechnik als die normalen Informatiker und haben dafür halt so ein bisschen Wahrnehmungspsychologie und sowas mit drin, damit wir Programme erstellen können, die auch andere sinnvoll nutzen können. Und was wir halt auch sehr viel haben, ist halt all so ein Zeugs mit Multimedia und so weiter. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich Unity auch im Studium halt sehr viel nutzen muss. Unter anderem auch gerade für meine Bachelorarbeit. Ich bin da gerade mehr oder weniger schon fast am Schreiben. Also sie ist noch nicht angemeldet, aber ich habe schon das Grundgerüst für das Programm, was ich brauche, geschrieben. Für alle, die es interessiert, es ist einfach ein Programm, was dazu da ist, geteilte Inhalte und Ansichten für die HoloLens zu erstellen. Also ich arbeite mit Hologrammen, die man da sinnvoll miteinander teilen kann und halt, dass mehrere Personen dasselbe Hologramm am selben Ort sehen. Und das ist halt mein Grundgerüst bloß. Das habe ich jetzt mehr oder weniger auch schon fertig. Und es funktioniert sogar. Ich bin sehr stolz darauf. Und was halt auch noch der Sinn meiner Bachelorarbeit dann sein wird, ist einfach Konzepte zu entwickeln und halt auch einen Prototypen dazu, um halt, ja, die Kollaboration von mehreren Leuten an solchen geteilten Hologrammen ein wenig zu verbessern, damit die einfach besser zusammenarbeiten können und, ja, halt so Dinge miteinander tun können, ohne sich in die Quere zu kommen. Und das ist halt einer der Gründe, wieso ich zum Beispiel Unity nutzen muss. Und ich habe auch schon in meinem Studium mehrfach Unity nutzen müssen durch zum Beispiel ein Lernspiel, was wir erstellen mussten. Das war damals ein kleines Chemie-Lernspiel und wir sollten halt eine Spiele-Engine nutzen. Ich habe sofort gesagt, wir nehmen Unity, das ist das Einfachste und habe in meiner Gruppe da auch ziemlich einen Zuspruch bekommen und am Ende haben wir halt das Ding in Unity geschrieben. War ein bisschen nicht so das Geilste, weil meine Gruppe war dann doch nicht so bewandert in Unity und da blieb das Meister am Programmschreiben dann doch irgendwo an mir hängen. Und das war dann auch nicht so geil, vor allen Dingen, wenn man dann bis Sonntag früh um vier immer noch in der Fakultät sitzt. Aber eigentlich war es dann schon Montag. Das war nicht so geil. Aber auch nicht so schlimm. Ich habe dadurch natürlich auch sehr viel gelernt. Ein anderes Projekt, wo ich es auch nutzen musste, war ein Computerspielpraktikum, wirklich. Das war einfach so ein großes Komplexpraktikum, wo es darum ging, einfach mal ein Jahr lang mit einer Gruppe zu arbeiten und gemeinsam etwas zu erstellen. Ich habe mich halt... Es gab verschiedene Bereiche, in denen man das hätte machen können. Ich habe mich für Computerspieleentwicklung entschieden und da sollten wir ein Spiel mit asynchroner Spielsteuerung machen. Das bedeutet einfach, dass jeder Spieler was anderes tun soll und dementsprechend jeder Spieler ein vollkommen anderes Spielerlebnis hat. Und dieses Spielerlebnis war sehr, sehr krass. Denn wir mussten mehrere Dinge zusammenbringen, nämlich vier Handys, die zusammen mit einem sogenannten Tabletop arbeiten. Dieser Tabletop ist ein Tisch, der im Prinzip ein einziger großer Touchscreen ist. Und diese Netzwerktechnologie in Unity herzustellen, war nicht so einfach. Das ist auch so der Grund, wieso ich immer so ein bisschen gegen die ganze Netzwerktechnologie von Unity bin. Und jetzt arbeite ich damit in meiner Bachelorarbeit, aber das ist auch egal. Und ja, das sind so ein bisschen die Gründe, wieso ich auch so bewandert in Unity bin und auch vor allen Dingen mit der Grund, wieso ich überhaupt angefangen habe, diese Tutorials zu machen. Einfach deswegen, weil ich habe mich durch so viele Foren kämpfen müssen, um wirklich alle möglichen Probleme erst mal zu lösen. Und dachte mir dann, mache ich es doch einfach meinen späteren Mitstudenten etwas einfacher, beziehungsweise nicht nur meinen Studenten, sondern auch einfach allen Leuten, die irgendwo ein bisschen mit Unity arbeiten wollen und fasse das alles mal irgendwo zusammen, damit man es mal hat. und auch irgendwo ein bisschen gesamtheitlichen Zugriff auf all diese Beispiele und möglichen Möglichkeiten hat, um einfach diese Steuerung und so weiter sinnvoll und einfach mal hinzubekommen. Ja, im Großen und Ganzen kann ich euch deswegen auch so hier und da mal die ganzen Hintergründe erklären, die halt hinter diesen ganzen Mechaniken und sowas stehen, genauso wie hinter diesen ganzen Rechnungen. Und das liegt halt auch daran, dass ich dann doch schon ein etwas höheres Semester im Studium bin und dementsprechend da auch schon eine gewisse Erfahrung habe. Und ich hoffe, es macht euch natürlich auch Spaß, hier so ein bisschen mitzumachen und will das natürlich auch noch eine ganze Weile weitermachen, so gut es geht, so gut es auch neben meinem Job als Datenbank, Administrator und Entwickler noch nebenbei geht. Das ist zwar nur so ein Nebenjob, aber der nimmt mich auch ganz schön ein nebenbei. Und dann habe ich halt noch Normal-Uni und halt die Bachelorarbeit. Und derzeit haben wir noch ein Projekt, wo es darum geht, einem Roboter, der dann später halt als blinden Roboter eingesetzt werden soll, dass wir denen ein wenig, ja, Wissen einprügeln, sagen wir es mal so. Das ist so ein elendiges China-Produkt. Das war die reinste Hölle mit dem Teil. Und das läuft über Java. Schrecklich. Und, ja, das sind so die Projekte, an denen ich derzeit arbeite beziehungsweise gearbeitet habe. Das mit dem Roboter ist jetzt langsam endlich vorbei. Wir machen bald die Präsentation, also ist das schon mal was. Aber das ist alles wirklich nur vom Studium. Das heißt, wer irgendwann mal Medieninformatik studieren möchte, beziehungsweise Informatik, macht euch darauf gefasst. Es wird auch sehr, sehr praktisch. Also, nicht, dass ihr denkt, das ist alles nur pure Theorie. Im Studium, Informatik ist eines der wenigen Fächer, wo du wirklich mal auch was Praktisches machst. In allen möglichen anderen Fächern kannst du das einfach nicht, weil du irgendwelche Materialien brauchst, die du sonst nicht hast. Und bei Informatik, da brauchst du halt einen Computer. Und das war's. Und den hat jeder, in den meisten Fällen. Also jeder Informatiker sollte mindestens einen Computer irgendwo haben. und deswegen ist das alles machbar. Ja, und das war eigentlich so ein bisschen das, was ich über mich erzählen wollte. Ja, ich habe auch so ein bisschen Erfahrung als Nachhilfelehrer vor allen Dingen und bin deswegen auch ein bisschen erwandert, erwandert, bewandert im Erklären. und ich denke, dass das auch ein bisschen vielleicht euch dann auch zugute kommt. Und ja, ich hoffe, dass wir weiterhin so gut miteinander klarkommen und ich euch hier und da auch ein paar Wünsche erfüllen kann, wie es jetzt hier so weitergeht. vergesst nicht, äh, möglichst abzustimmen bei dem vorhergehenden Video von gestern, denn, äh, es wäre ganz nett, wenn ich dann binnen zwei Wochen auch weiß, wie es denn weitergeht. und dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes machen. Okay, das war's eigentlich schon und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.